Im Sneaker-Business lauern im Internet Betrüger an allen Ecken und Enden und gerade Leute, die sich nicht so gut auskennen, werden gnadenlos abgezogen. Aber wie ist es von der anderen Seite? Wie einfach ist es, Fake-Sneaker zu verkaufen und einen Haufen Geld damit zu scheffeln? Wir spielen heute den Scammer und beantworten damit genau diese Frage. Dazu werden wir verschiedene Plattformen zum Testen der Echtheit der Schuhe ausprobieren und nachprüfen, welche am besten abschneidet. Vielleicht wisst ihr ja noch, was letztes Jahr passiert. Aber, was ist in diesem Schuhkarton drin? Nike Dunks, gefälscht. Mein Plan ist es, die beiden Schuhe als Original zu verkaufen. Ein paar Stunden später, die entscheidende Mail ist angekommen. Auszahlung eingeleitet. Nike Dunks Low White Black, Size 9W, 135,72 Euro. Keine Sorge, wir werden hier in diesem Video nicht wirklich jemanden scammen. Schaut einfach bis zum Ende, da wird alles erklärt. Letztes Jahr sind ja die Fake-Dunks, die ich bei einem Plug erworben habe, zu meiner Überraschung bei StockX durchgegangen. Und nun möchte ich gucken, ob sich seit jeher irgendetwas geändert hat. Plus, wir werden eine weitere Authentic Sneaker Plattform testen. Seid also gespannt. Kommen wir zu den ersten Fake-Schuhen. Und zwar haben wir uns für dieses Video Babes ausgesucht. Sehr, sehr teure Schuhe, sind sehr im Hype, sehen auch super schön aus. Schöne Silhouette, schönes Design, eigentlich alles clean. Das sind die Fake-Schuhe, gesendet im Nike-Karton. Aus China importiert, so viel kann ich sagen, für ganze 210 Euro mit Shipping. Das ist auf jeden Fall richtig viel Geld, selbst für Fake-Schuhe. Aber das sollen halt eben 1 zu 1 Replicas sein. Also komplett authentisch, man soll keine Unterschiede sehen. Und das sieht hier auf den ersten Blick auch so aus. Wir haben hier was von StockX in diesem Nike-Karton. Ich weiß nicht, wie das hier hinbekommen ist. Das sind auf jeden Fall die Fake-Schuhe. Und hier nebendran haben wir ein Paket mit 100% echten Fake-Schuhen drin, wie ihr schon sehen könnt. Das hier ist die Originalverpackung. Sehr, sehr krass. Und man sieht, glaube ich schon, dass das schon sehr echt teure Schuhe sind. Wir haben hier eine Tasche drin. Scheiße. Habe ich jetzt den falschen Schuh gekauft? Nein, ich glaube, es gibt zwei Versionen, ne? Einmal glänzend und einmal nicht glänzend. Das ist jetzt sehr cringe. Aber egal. Auf jeden Fall. Wenn wir das auch so einfach mal vergleichen, das ist ja kein großer Unterschied. Das hier sind die Originalen für ganze 440 Euro, habe ich dafür ausgegeben, für US 5. Und damit ihr keine 440 Euro für Sneaker in Zukunft ausgeben müsst, zeige ich euch heute die Heatmovement-App, welche der Sponsor des heutigen Videos ist. Danke dafür. Heatmovement ist die größte Sneaker-App Europas mit über 5 Millionen Nutzern. Die App zeigt alle anstehenden Sneaker-Releases inklusive Shops und Raffles an, damit man nicht eben hunderte Euro im Reset zahlen muss. Falls ein Schuh ausverkauft ist, kann man sich benachrichtigen lassen, sobald er wieder verfügbar ist. Es sind natürlich nur Originale, nicht so wie bei StockX, Schuhe. Fast alle Shops sind direkt aus Deutschland und bekannt. Es ist wirklich eine super Sache, denn die App ist kostenlos und werbefrei. Sie haben über 25 Mitglieder, die den ganzen Tag das Internet nach Informationen zu neuen Sneakern durchsuchen. Plus sie arbeiten direkt mit Nike, Adidas, New Balance und Co. zusammen. Parallel zu diesem Video läuft auch ein Big Giveaway in der Heatmovement-App, wo ihr ganze 10 Dankpandas gewinnen könnt. Das einzige, was ihr dafür tun müsst, ist die Heatmovement-App runterzuladen und im Google Docs-Formular eure E-Mail-Adresse hinterlassen. Vielen Dank an Heatmovement fürs Sponsoren von diesem Video. Jetzt geht's aber weiter. Nee, das ist hier alles 1 zu 1, also for real. Das hier ist gleich. Das hier ist auch gleich. Schnürsenke sind gleich. Punkte sind gleich. Das hier ist meistens anders. Komplett gleich, Digga. Echt? Ja, vor allem hier auch diese Punkte, ja. Und das hier, das ist gleich. Das einzige, was mir hier jetzt auffällt, ist der Abstand hier von dem Punkt. Aber es kann auch an der Größe liegen. Ich hätte mir vielleicht mal Schuhe in gleicher Größe bestellen sollen. Wir haben hier noch einen Sticker. Hier aber nicht. Aber selbst, guck mal, hier ist so ein Babe-Logo, genauso wie hier. Crazy. Guck mal, was ist mit den Schnürsenkeln? Guck mal, da sind so Sterne drauf und hier sind auch Sterne drauf. Aber selbst auf die Sterne haben die geachtet. Das sind hier so goldene Sterne und hier sind es so silberne Sterne. Ich denke aber nicht, dass es ein Indiz ist, dass es fake ist, sondern weil es einfach ein anderes Modell ist. Das Metall-Badge hier ist auch 1 zu 1 gleich. Sehr, sehr krass gemacht. Den Schuh gibt es tatsächlich in der Form, auf jeden Fall. A Barfing Ape Babe Star Low heißt er auf jeden Fall. Das Einzige, was jetzt hier aufgefallen ist, ist, dass die Löcher hier etwas anders sind. Hier ist das Loch so ein bisschen mehr an der Ecke des Sterns und hier ist das Loch ein Ticken mittiger. Kann man auf jeden Fall mal einreichen und gucken, wie StockX reagiert. Natürlich an der Stelle, ich bin kein Profi, aber dafür gibt es ja Profis wie StockX. Und an dieser Stelle müssen wir leider einen Cut setzen, denn mir ist erst nach der Aufnahme aufgefallen, dass ich die Babes ja nirgendwo verkaufen kann. Denn schaut euch die Verpackung an, die ich bekommen habe. Ich brauche zu den 1 zu 1 Schuhen auch eine 1 zu 1 Verpackung und so ging das natürlich nicht. Deshalb habe ich mich kurzerhand entschieden, meine Fake Dunks, die ich schon im letzten Video an StockX versendet habe, noch mal an StockX zu senden, um wieder zu gucken, ob sie auch diesmal durchgehen. Bevor wir das zweite Fake Pie inspizieren, habe ich zwei Replika-Verkäufer für dieses Video gefragt, ob sie mir das ein bisschen genauer erklären können, wie überhaupt das ganze Fake-Sneaker-Business abläuft. Das sind die Antworten. Was geht ab? Yunus mein Name und zwar handele ich schon seit Jahren mit Replika-Sneakern und Klamotten. Ich habe mir einen großen Shop aufgebaut auf Instagram namens The Baron Plug. Zu meinen Kunden gehören viele aus der Deutschrap-Szene und aus dem deutschen Influencer-Bereich, deren Namen ich selbstverständlich nicht nennen darf. Wie funktioniert das StockX Replika-Reselling-Business genau? Das Wichtigste ist euer Kontaktmann, besser gesagt die Produktion in China. Sie sollte sich selber mit den Schuhen auskennen, mit allen Merkmalen und allen Details, weil ansonsten bringt euch das gar nichts. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Bist du mit dem Verkaufen von Replika-Sneakern schon mal hingefallen? Nein, bin ich nicht. Das liegt einfach an dem Grund, dass es heutzutage so viele Versandmethoden gibt, wie zum Beispiel der Dreiecksversand. Ja, da wird das Paket von China an eine bestimmte Stelle von Deutschland geschickt. Da wird das Paket in ein deutsches Paket umgepackt und an eine Adresse geschickt. Sprich, du kriegst ein deutsches Paket, obwohl du aus China bestellt hast. Zweite Versandmethode wäre das Paket von China nach Holland und von Holland nach Deutschland. Das sind eigentlich so die sichersten Sachen. Klar kann man da auch gecatcht werden, aber bis jetzt zum Glück nicht passiert. Wie viel Profit hast du bereits mit Replika gemacht? Für die Frage, wie viel Profit ich gemacht habe mit den Replikas und mit den Klamotten, möchte ich nichts zu sagen. Das Geschäft ist sehr lukrativ auf jeden Fall. Was bei mir im Shop noch sehr, sehr gut läuft, sind Frauenhandtaschen. Ich krieg sehr viele Anfragen von Damen und das ist geisteskrank, was da abgeht. Und was für Summen die hinterlassen. Also das ist nochmal eine komplett andere Welt von Replikas. Hallo Leute, ich habe natürlich noch ein zweites Paar für euch vorbereitet. Und zwar sind es Dark Fucking Mockas. Und für diese Schuhe habe ich auch einen Plug bekommen. Hat auch gesagt, die sind 1 zu 1 authentisch und kann man so auch einfach auf StockX zählen. 150 Euro hat der ganze Spaß gekostet, also auch nicht ohne. Aber wenn die übelst krass gefälscht sind, dann kann man als Betrüger natürlich dick Profit damit machen. Denn Mockas kann man glaube ich derzeit auch auf StockX für locker 300, 400 Euro verkaufen. Die Verpackung ist auf jeden Fall schon 1 zu 1 gleich. Wir haben eine US 8 hier. Yo, 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 yo. Digga, da ist sogar dieses StockX Dings, was man bekommt, ne. Hä? Wir haben hier einen Schlüsselbund. Hier haben wir einen Fake und hier haben wir einen Original. Und jetzt gucke ich mal, ob es Unterschiede gibt. Ey, aber auch der, ne. Der ist, ey, der ist richtig gut gefälscht. Auch das Braun stimmt hier. Alter, krass. Boah. Das ist creepy, Mann. Ich sehe wirklich hier keinen Unterschied. Ihr könnt es ja gerne mal in die Kommentare schreiben, falls ihr was findet. Aber die würde ich auch direkt so zu Klett diesmal zuschicken. Klett ist auch eine Plattform 1 zu 1 wie StockX, wo man halt eben authentifizierte Sneaker und sowas bekommen kann. Und da kann man halt eben auch Schuhe hinschicken. Die Babes werde ich jetzt zu StockX senden und die Jordans werde ich jetzt zu Klett senden. Wir sehen uns also in ein paar Wochen, für euch in ein paar Sekunden und schauen mal aufs Ergebnis. Also das mit dem Verkaufen auf den Plattformen geht eigentlich super einfach. Sowohl bei Klett als auch bei StockX. Ich drücke hier einfach auf Sell. Dark Mocha, der ist neu. US 8 hatten wir. Und wir können den hier verkaufen für, wir schauen mal die Sales History an. Der wurde gestern für 403 Euro verkauft. Das heißt, wir können den für 400 Euro verkaufen. You are the first line in to sell. Das ist unser Payout. Das ist das, was Klett bekommt. Das ist das Shipping. Und der wird dann sozusagen für 473 Euro verkauft. Zack, Preview. So sieht das aus. Und dann hier mal Payout. Okay, ihr seht hier, meine Lissung ist aktiv. Und jetzt wartet man eigentlich darauf, bis der Schuh von irgendjemand auf Klett gekauft wird. Ich werde aber nicht warten, bis ihn irgendjemand kauft. Denn ich will ja nicht, dass hier irgendjemand den Fake-Schuh auf Klett kauft, falls er durchgeht. Deswegen werde ich jetzt einen zweiten Account auf Klett und auf StockX erstellen. Und die Schuhe selbst kaufen. Das heißt, die beiden Schuhe werden jetzt zu StockX und Klett gehen, überprüft und im besten Fall werden sie dann wieder weiter verschickt. Wieder zu mir auf eine andere Adresse, damit hier keiner irgendeinen Schaden nimmt. Hallo, willkommen in der Gegenwart. Ein paar Wochen sind nun vergangen und ich habe Ergebnisse. Bevor wir aber zu denen kommen, ein kleiner Reminder. Bitte aufpassen. Ich kenne immer noch so viele Leute, die immer wieder gescannt werden. Es gibt immer wieder neue Methoden. Selbst ich wurde letztens fast gescannt von einer angeblichen Clothing-Brand namens... Eine Zuschauerin hat mich darauf aufmerksam gemacht und hat mir diese DM geschickt. Ihr könnt mal kurz stoppen und euch das durchlesen. Voll krank eigentlich, wenn man so überlegt. Ich habe mit denen mal geschrieben, wir wollten eigentlich eine Kooperation zusammen machen. Und ich habe wirklich nicht gecheckt, dass es ein kompletter Scam-Verein ist. Der ganze Instagram-Account ist fake. Die ganze Seite ist fake. Da wird nie irgendwas geschippt. Die ganzen Produkte sind von Alibaba. Pass vor allem auch auf Vinted und auf Ebay und auf Paypal etc. auf. Und ja, das wollte ich euch auf dem Weg mitgeben. Jetzt kommen wir aber zu den Ergebnissen. Sind die beiden Schuhe durchgegangen? Erstmal zu den Mockers bei Klett. Kurzem Prozess. Leider nicht. Ich habe eine Mail bekommen. Your sale has been cancelled due to the item failing our authentication process. Can't guarantee the authenticity of the item. Und ich soll denen jetzt 89 Euro schicken, damit ich den Schuh zurücksende. Das ist halt quasi meine Strafe. Und dazu haben sie noch diese vier Bilder gesendet, die ich euch jetzt einblende. Ich habe meinen Plug gefragt, was das denn sein soll. Also woran man jetzt erkennt, dass die jetzt fake sind. Und er weiß es selbst nicht, weil normalerweise bei ihm die Schuhe immer durchgehen. Ihr könnt es mir ja gerne in die Kommentare schreiben, was diese Bilder zeigen sollen. Leider sind die bei Klett nicht durchgegangen. Ich habe aber auf jeden Fall vor, vielleicht mal im dritten Teil die Mockers an StockX zu senden, um zu gucken, ob sie da authentifiziert werden. Kommen wir aber erstmal zu den Dunks bei StockX. Und die sind, wie erwartet, auch durchgegangen. Eine 95,05 Euro Auszahlung haben wir erhalten. Es ist alles easy top durchgegangen, so wie beim letzten Mal auch. Ja, sehr, sehr schade, dass es leider immer noch so ist. Wie gesagt, keine Sorge, der Dank kommt in den nächsten Tagen bei mir an. Das heißt, keiner bekommt einen Fake-Schuh. Den Mocker bekomme ich sowieso wieder. Ja, was soll ich noch kurz sagen? Jetzt erst recht die Heatmovement-App runterladen, damit ihr wirklich echte Pandas gewinnen könnt. Links unten in der Videobeschreibung. Danke fürs Zuschauen von diesem Video. Abonniert meinen Kanal, falls ihr meine Videos feiert. und ansonsten klickt auf das letzte Video. Haut rein, Leute. Ciao.